So Leute was geht? Oh sorry. Ja, viele Leute haben mich gefragt wegen meinen Render-Settings, hier schön Aladin, geile Qualität und so. Ja, mein erstes Tutorial, Render-Settings, auf geht's. Also erstmal an die Render-Liste anfügen oder einfügen, geißen. Qualität immer beste, Auflösung voll. So, das ist alles andere, scheißegal. Hier die Frame Rate mache ich immer auf 60. Enki sagt immer mach 30, aber scheiß auf Enki. Mach 60. Okay. Ausgabemodul. Da machen wir Format H.264. Das Beste was es gibt. Windows Media machen viele noch, aber es ist echt der größte Scheiß. Die Qualität ist sack einfach nur. Okay. H.264. Format. So, Kanäle, RGW, bla bla bla. Das ist alles schon vorgegeben. Formatoption. Profil hoch, Pegel 5.1. Bitrate-Codierung. Nicht CBR, sondern VBR. Zielbitrate und Maximumbitrate auf 30. Da sagt Enki wieder, mach 14. Wegen der PVR dient ja nur mit 13,5 auf. Aber mach 30. Scheiß auf Enki. Okay. Dann auf Ausgabemodul nicht vergessen zu klicken, weil sonst kommt kein Sound. Ich mach 48. Ich hab hier noch nie was verändert. Ich weiß nicht. Enki sagt wieder 32, aber ihr wisst ja. Scheiß auf Enki. Okay. Ach was Enki, ich mach nur Spaß. Dann klickt ihr auf OK. Fertig. Und jetzt gebt ihr einen Namen ein. Gebt Aladdin 3. Aldi. Aladdin 3. Auf jeden Fall. Und klickt auf Rändern. So, das war's eigentlich schon. Und ja, was ich noch sagen wollte. Hat mich Enki noch dran erinnert. Gell, Enki? Sag mal, hallo, Enki. Okay. So, wir haben einen neuen Tutorial-Channel. Und zwar, da sind Enki, ich, Reactions, Reaction Edits, Rookin Cinema und Video Thread. Thread-Effects kennt ihr ja von Video und so. Blabla. Unser neuer Tutorial-Channel, da werden ihr Tutorials posten. Also nicht vergessen, abonnieren und so. Blabla. Ja, das war's eigentlich schon. Soll ich euch noch ein Preview zeigen von Aladdin 3. Ne, mach ich jetzt nicht. Also, haut rein. Peace. Ja, das war's. Ja, das war's.